Die erste Demonstration fand zwei Tage zuvor statt. Die Luft füllte sich nach dem Winter erstmals wieder mild an, fast warm. Amal und ein paar ihre Freunde machten sich mit den vier großen Pappschildern auf den Weg zum Parlament. Amals Schal war tief in ihr Gesicht gezogen. Sie hatten es nicht gewagt, die Transparente herauszuholen. Am Ende der Demonstration sahen sie sich nicht in die Augen und gingen so schnell wie möglich auseinander. Sie schämten sich, dass sie in aller Heimlichkeit nach einer Demonstration wegrannten, während sich in anderen Ländern Menschen anzündeten. In den ersten Tagen der Revolution dachten die Optimisten, dass die internationalen Medien und Al Jazeera über die Demonstrationen berichten würden. Sie dachten, das Ausland würde sie nicht in den Stich lassen, wenn sie nur von ihrem Staat einforderten, was auch der Rest der Welt anscheinend von ihm verlangte. Keine dachte wirklich daran, das Regime zu stürzen. Es gingen lediglich um Reformen. Ein paar kleine Zugeständnisse seitens der Herrscher. Die Menschen hatten es nämlich satt. Amal hatte es satt, ihr Bruder hatte es satt, ihre Freunde, ihre Kommilitonen, Bekannte, Fremde auf den Straßen, die ganz vulgäre Boheme hatte es satt. Sie hatten die Korruption, die willkürte Geheimdienste, die eigene Machtlosigkeit und die permanenten Demütigungen satt. Sie hatten es satt, dass alle öffentlichen Bibliotheken, Flughäfen, Stahlsien, Universitäten, Parks und sogar Kindergärten nach den Assads benannt waren. Sie hatten es satt, dass ihre Väter, Brüder und Onkel in Gefängnissen saßen. Sie hatten es satt, dass die ganze Familie zusammenlegen musste, um die Söhne von ihren Armeidens freizukaufen, während dem Kabelfernsehen die nordamerikanischen Teenager Autos geschenkt bekamen und um die Welt reisten. Sie hatten es satt, jeden Morgen in der Schule, Assad bis in alle Ewigkeit aufzusagen und zu schwören, dass sie alle Amerikaner, Zionisten und Imperialisten bekämpfen würden. Sie hatten es satt, im Schulfach politische Bildung, Assad-Zitate auswendig zu lernen und sie dann mit fehlenden Bruchstücken und Klassenarbeiten zu ergänzen und zeitlich einzuordnen. Sie hatten es satt, dass man ihnen im Fach militärische Bildung beibrachte, ein Gewehr auseinanderzubauen und viele zusammenzusetzen. Sie hatten es satt, wie Tiere behandelt zu werden und vor allem hatten sie es satt, dass sie all das nicht aussprechen durften.